Lass mal nur mal ein austauschen Nee schreibt jetzt nicht, Chat Ne, ritt er auf einmal auf einmal so Alle auf mein Auto Oh shit, jetzt verschlafen drinnen er gut ist wenn so lange in unserem Team ist der Verschlaupt für wer verschlafen Acker er hat mir verkackt mann nur noch zehn Minuten zum haupt zehn Minuten alle erhe ich nicht hier ist wieder für die Sendung zu einer weiteren Folge Koffers heute mal wieder mit dem Sparex Hello wir abonnieren die Abenteuer 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 nach dem Satz Kenrymi ich müsste dich da einfach so rausschneiden egal den anderen habe ich nicht ich habe Schlafmütze auch einer lebte noch ja ist gut auch der hatte ein Herz verschlafen hatte ein jetzt es war ein One-Hit dieser Typ hätt ich den gesehen hätt ich ihn gehabt ich hab zwei gekillt das war mein Kill das war mein Kill ja du erstmal ruhig sein Kappa Gaming Kappa Gaming Gigi diese gehen halt zu dritt auf einen drauf diese diese Isle of Reis Isle of Reis gibt scheiß GG er ist da oh mein Gott er ist wieder da got him oder auch nicht er ist wieder da ach der ist der lebt immer noch ja er ist immer noch da oh man hätte ich das gewusst hätte ich ihn gekillt sie kommt nice nice beide down nice nice Sparex ist der auch noch down ne verstrafen lebt noch Digga Digga wie alleged ist denn der ja die die kriegen irgendwie voll wenig knockback ne ja so gar nicht suck dir nicht suck dir einfach nicht ja unser S beim Chor S beim Chor shit ja ich hab ihn nicht mehr getroffen und runterfallen ich bin auch runterfallen fuck R R oh hin die bauen schon zum anderen Chor Digga ich muss den irgendwie abwehren ja ok hast du abgebrochen ja nice ich komme einer holt sich dir einer holt sich dir ja er hat dir safe äh hilf mir hilf mir hilf mir jo bau du ab blocker mich dieses todes man die dürfen nicht sich treffen einer kommt kommt keiner man got it jo ist weg oh mein gott ne Millisekunde zu spät hätte der mich oh mein gott ich hab den Chor nice hey gegengang ist verschlagen jetzt eigentlich in einem Chorsclan ich glaube schon ja äh einer kommt zu unserem Chor äh Left Chor er sucht es um es genau zu sein nice ok die einfach alle die ganze Zeit den Mess lieben ich check das ne oh komm alter wie scheiße bin ich einer kommt nochmal zu unserem Left Chor überall außen er ist da wir müssen zum Left Chor ich hab einmal Blockamaging gemacht er ist weg hast du ihn weg oder nur abgebrochen er ist weg ok nice einer ist Full Iron bei uns äh nice einer geht zu unserem Right Chor aber juckt mich nicht ich hefte beim Left Chor von denen ja juckt den halt nicht er kriegt keinen Knock als ob hinter uns ich bin down man unser Full Iron Typ hier muss überleben wir müssen da jetzt hin unser Full Iron Typ hier braucht sonst ist er down die Barge wieder ok ich bin wieder da Digga wir agieren wir agieren hier wie ein Clan Alter ich bin so stolz auf uns ja äh 3 bei unserem Left Chor 3 Stück meins hier oben down keine Chance ich bin ja der Left Chor ist weg ich hab ihn abgebrochen hab ihn abgebrochen nice oh ich wär auch sonst zur Not nochmal raufgesprungen aber er wurde in der Sekunde dann weggeschossen oh mein Gott aber du hast ihn wieder aufgehalten mit Abfahrt ne 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 hab ich nicht wieder ich hab aufgehalten nice wie Abfucker wir sind und weiter rauf und weiter rauf es ist nur noch einer da gab ihn got him got him halbes Herz 3er Kombo nice oh ficken alter wen willst du ficken Gotti dich ja was dagegen also ich find's eigentlich sehr erotisch komm doch mal du schnackbeck du scheiße er ist down ich nicht komm help der eine macht sich grad full iron verschlafen hat full iron oh Junge mein Aim war grad so geil man boah Digga äh zwei sind mega low aber deren Core ist eigentlich easy to den haben die die haben den gar nicht eingebaut äh ich hab unseren Core äh by the way eingebaut ne ja gut ich bin down die kommen da zu dritt ne einen hab ich sollten aber auch low sein verschlafen verschlafen ist da er ist full iron er hat geppel er hat geppel er deft er deft er hat mich er hat mich wir müssen einen stop verschlafen nice hast du den iron auch bitte abgebrochen nice lol verschlafen lebt der Block-Emerging Junge der hat mich wieder äh hast du den anderen einmal abgebrochen so jetzt hab ich verschlafen nice ja ich sehen wie er fliegt okay hast du den anderen beim Core auch ich hab den anderen ja nice komm da raus lol Riot ist hier man ok die Riot ist weg oder ne ne der bot kann ab der ist da grad noch kommt der hoch nein oh mein Gott ja unser Riot wurde gedeft zumindest abgebrochen ok kommt wieder hier und bei Left ja ziehen ich geh wieder zu Riot hab ihn nicht es sind zwei bei Riot es sind zwei bei Riot Left ist einer bei Riot hab ich abgebrochen nice hier Left Riot wird gar nicht mehr angezeigt lol hab ich den down ne hast du den lol hey als ob jetzt wieder Riot angezeigt wird hey als ob immer nur einer angezeigt wird wie behindert einer ist für dir verschlafen oh er ist nicht down Riot Core ist abgebrochen ok äh bau ab save mich, save mich, save mich verschlafen kommt voldia hab ihn ne er hat überlebt oh mein Gott drei Stück verschlafen ist hier ich hab verschlafen nice ich hab's gesehen wie dieser Turn war alter so geil so geil hast du aufgenommen ich hab's auf Aufnahme ansonsten ok ja läd's hoch ich seh's nur auf dem Toll-Screen halt oh mein Gott na egal äh Left Core oh mein Gott ey ich muss halt hin und machen ok ich komm left komm left ich muss halt hin und machen fuck oh komm sterb schneller Sparex Mann ich muss abbrechen scheiße ich muss auf nein ich darf nicht auf ich muss ich ich kann nicht auf hab Akku gebrochen nein nicht abgebrochen jetzt jetzt weg oh man da ist noch jemand fuck ja die Runde krieg ich nicht mehr er schreibt passt doch auf ist das dein Ernst die machen hier die ganze Arbeit aber ist okay aber guck hoch oh mein Gott war wieder kurz vor knapp alter ich bin fast down hab ihn hab ihn hab ihn baue du ab steff baue mich ein oder irgendwie so keine Ahnung warte ja 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 oh mein Gott gg ja ok ich muss jetzt auf nice gg ja danke dass du dabei warst Sparex abonniert ihn auf jeden Fall war auf jeden Fall ein nicer teammate bis zum nächsten Mal und tschö mädö oh nice alter wir sind und auch no oder wir sind ja